Alterstraumatologie. Wie Unfallchirurgen und Geriater zusammenarbeiten. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde. Dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Alt werden, das ist das Ziel vieler Menschen. Aber mit dem Alter werden die Menschen nun einmal hinfälliger und das im doppelten Sinne. Denn Gesundheit und Kraft lassen vielleicht nach und die Sturzgefahr nimmt entsprechend zu. Da braucht es dann eine Behandlung, die auf den ganzen Menschen guckt und die Alterstraumatologie. Das ist so eine Disziplin, die sich um diese Fälle kümmern kann und um die geht es jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Matthias Görnig. Er ist eine der beiden Chefärzte der Geriatrie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Sagen Sie uns bitte, was ist das jetzt genau, Alterstraumatologie? In der Alterstraumatologie kümmern sich die Chirurgen, die Unfallchirurgen gemeinsam mit dem Altersmedizinern, den Geriatern, auf einer gemeinsamen Station um das weitere Wohl der verunglückten älteren Patienten. Ja, wenn man ein junger Mensch ist, dann geht man ja einfach auf die, was ist das, Chirurgie oder Orthopädie und da hat man, wo ist denn da denn der Unterschied? Wenn man ein junger Mensch ist, dann hat man noch die Reserven, dass man nach einer Operation relativ schnell wieder auf die Beine kommt und geht möglicherweise in eine externe Rehaeinrichtung. Der ältere Mensch ist nicht mehr aufgrund seiner Begleiterkrankungen dazu oft in der Lage. Der geriatrische Patient ist im Allgemeinen über 70 Jahre alt, ist multimorbide. Das heißt, er hat die Krankheiten des Alters, Bluthochdruck, Diabetes, neurologische Erkrankungen, aber auch Gebrechlichkeiten, chronische Rückenschmerzen, Knie, die Arthrose haben, künstliche Gelenke eventuell auch schon und ist oftmals nicht mehr ohne Hilfsmittel mobil und bedarf daher einer sehr frühen und sehr gezielten Mobilität, um das Ziel zu erreichen, nämlich wieder in die eigene Häuslichkeit zurückzukommen. Aha, dann überlegen wir uns jetzt so einen typischen Patienten. Wie könnte der denn aussehen, über den wir jetzt weiterreden? Also das ganz Häufige sind Brüche, Frakturen des Femurs, also des Oberschenkelknochens im Bereich der Hüfte, die Schenkelhalsfraktur nach dem Sturz. Das ist so der Klassiker, was man insbesondere jetzt in der Winterjahreszeit bei Glätte oder wenn auch die Blätter den Boden schmierig machen, sehr häufig sieht. Aber auch in der Häuslichkeit passiert es einfach, über die Teppichkante stürzt man, wenn man nicht aufpasst. Und wie alt ist unser typischer Patient? Der typische Patient ist tatsächlich eher zwischen 80 und 90, der jetzt bei uns in der Geriatrie liegt. Ich habe jetzt im Moment zwei 99-Jährige. Also das ist einfach so, es wird jedes Jahr, werden diese geriatrischen Patienten noch ein Stückchen älter. Der kommt jetzt vermutlich über die zentrale Notaufnahme, weil er ja einen Knochenbruch hat, Schmerzen hat, ist also über den Rettungswagen gekommen. Wann sehen Sie so einen Patienten zum ersten Mal? In der Notaufnahme kommt natürlich erstmal der Unfallchirurg und kümmert sich um die Fraktur. Das heißt, möglichst schnell auch soll es in den OP gehen. Auch hier ist gewünscht, dass nach Möglichkeit in den ersten 24 Stunden so eine Schenkelhalsfraktur 2022 operiert wird. Und der Altersmediziner, der Geriater, der meistens Internist oder Neurologe, also ein konservativer Arzt ist, der kommt, sollte in den ersten 48 Stunden den Patienten zur Kenntnis nehmen, vielleicht auch zu den Patienten hingehen. Zumindest aber mit an dem Behandlungskonzept, an dem, was weitergeht, mitwirken und konsularisch sich dazu äußern. Dennoch bleibt er ja wahrscheinlich erstmal da, wo das Hüftgelenk dann vielleicht eingesetzt wird oder wo der Knochen anderweitig versorgt wird und kommt erst nach einiger Zeit zu Ihnen, oder? Das Ideale ist, und so ist es auch in Asklepios Harburg, dass man eine gemeinsame Station hat. Das heißt, der Patient kommt aus dem Aufwachraum, aus der Überwachungsstation, kommt dann auf die Normalstation. Und in dieser Normalstation sind beide Disziplinen angesiedelt. Also gemeinschaftliche Betten oder gemeinschaftliche Bereiche, wo sozusagen der rehabilitative Bereich ist, der altersmedizinische Bereich und der chirurgische Bereich. Und in dem Moment, wenn sozusagen der Patient aufstehen kann, das ist meistens so am zweiten, dritten Tag, wenn die Drainagen gezogen werden, dann ist eigentlich auch der Zeitpunkt der Übernahme, der frühestmöglichen Übernahme gegeben. Und das streben wir an. Also wir streben an, so früh wie möglich zu mobilisieren und so früh wie möglich auch in die Geriatrie, in die altersmedizinischen Hände zu kommen, wo der Fokus dann tatsächlich auf der Mobilisation und auf den Begleiterkrankungen, auf den Sturzursachen und auf der Erarbeitung eines weiteren Konzeptes für eine Rückkehr in die Häuslichkeit und keiner Pflegebedürftigkeit erfolgt. Ja genau, das ist ja das oberste Ziel. Also dass man möglichst wieder nach Hause zurück kann oder zumindest nicht mehr Betreuung braucht als davor. Wenn man gestürzt ist, dann könnte man ja sagen, ja, der ist gestürzt, muss wieder heilen, ist gut. Aber ich glaube, Sie gucken nach den Ursachen, Sie versuchen zu durchschauen, wo das Problem wirklich ist, oder? Ja, denn der Sturz hat oft ja Hintergründe. Also wir sollen uns etwas sagen. Es ist oft so, dass das ein Wendepunkt ist im Leben eines älteren Menschen, der aber eben nicht dazu führen darf, dass er dann unbedingt ganz dolle Pflege bedürftig wird, sondern eigentlich muss man sagen, da muss man achtsamer sein, muss sich angucken, ob man in der Häuslichkeit richtig ausgerüstet ist, ob man eine Toilettensitzerhöhung zum Beispiel hat, ob man entsprechende Haltegriffe hat, ob man eventuell ein Hilfsmittel, ein Gehstock oder einen Rollator benötigt für draußen, für drinnen, dass man guckt, dass die Dusche keinen glatten Fußboden hat, auch die Badewanne, da gibt es Badewannensitze, dass man also guckt, bin ich eigentlich altersgerecht eingerichtet und komme ich so, wie ich jetzt aufgestellt bin, auch dem nächsten Lebensabschnitt noch gerecht. Denn es ist ja so, das Leben hört ja nicht plötzlich mit 80 auf, sondern das biologische Alter ist ja so unterschiedlich heutzutage. Ich habe erzählt, wie zwei 99-Jährige im Moment auf Station, also die Menschen werden immer älter. Ja, genau. Und der Körper macht das nur begrenzt mit, sagen wir jetzt mal so. Jetzt sagten Sie ja schon, man muss später darauf achten, dass man altersgerecht wohnt und dass man das Haus oder die Wohnung dem auch anpasst. Jetzt liegt aber ja der Patient bei Ihnen, der Knochen ist versorgt. Jetzt wollen Sie herausfinden, warum ist er denn nun gestürzt und wie machen Sie das denn dann? Das machen das therapeutische Team. Das heißt also, der ärztliche Teil ist ein Baustein. Im ärztlichen Teil wird zum Beispiel geguckt, ob jemand Polymedikation, also viele Medikamente einnimmt, die möglicherweise sich nicht gut vertragen. Da wird die klassische Sturzabklärung, Synkopendiagnostik gemacht, ob jemand sozusagen eine Herzrhythmusstörung hat, ob man Schwindel, eine neurologische Erkrankung, möglicherweise ein nicht entdeckter Morbus Parkinson, also diese Schüttel, Lähmung, ob eine diabetische Polyneuropathie vorliegt. Das heißt also, gibt es irgendetwas, was noch nicht erkannt ist an internistischen Grunderkrankungen? Das wäre so der ärztliche Teil der Sturzabklärung. Ab und zu geht der Patient tatsächlich dann mit einem Herzschrittmacher nach Hause. Das ist häufiger mal gestürzt und hat sich irgendwann mal was gebrochen. Aber tatsächlich machen alle Bereiche, alle Bereiche aus den Therapiebereichen, machen solche Aufnahmeuntersuchungen, solche Aufnahmeassessments, dazu gehören die Physiotherapeuten, die gucken, wie ist die Kraft und die Beweglichkeit der Extremitäten, wie ist die Balance. Dann die Ergotherapeuten, die sich eher auf die Feinmotorik und auf Kognition, kognitive Aktivierung beziehen. Viele Menschen brauchen Logopädie, das heißt, die haben Stuckprobleme im Rahmen solch eines Ereignisses, solch einer schwereren Erkrankung, Sprechprobleme, möglicherweise vorbestehend nach einem Schlaganfall. Wichtig ist, dass die Pflege auch sehr genau am Anfang guckt, was ist an Selbsthilfefähigkeiten da. Dafür gibt es Indizes, den sogenannten Badel-Index. 100 Prozent heißt, ich kann mich selbst versorgen. Bei uns kommen die so mit unter 50 Selbsthilfefähigkeit an und gehen dann auch mit 70, möglicherweise 80 dieser Selbsthilfepunkte wieder raus. Das ist also der Bereich Pflege, die vor allen Dingen dort durch ihre aktivierende therapeutische Pflege ganz viel Gutes tun und außerdem haben wir auch eine Psychologin. Viele im Alter sind einsam, haben kein gutes Netzwerk, brauchen neuropsychologische Begleitung und letztendlich ist der Sozialdienst ein ganz wesentlicher Punkt im therapeutischen Team, die dafür sorgen, dass es in der Häuslichkeit trotz des Ereignisses nach Möglichkeit weitergehen kann durch Unterstützung, indem man einen Pflegegrad bekommt, beantragt, indem man Pflegedienst aktiviert, möglicherweise eine Haushaltshilfe beantragt, dass man quasi guckt, was muss noch alles für zu Hause organisiert werden und dafür haben wir im therapeutischen Team den Sozialdienst. Ja, es sind ja sehr, sehr, sehr viele Menschen, die da zusammenarbeiten. Auf eins möchte ich nochmal kommen, diese aktivierende therapeutische Pflege, Was genau ist das? Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Menschen nach Möglichkeit alles selber machen, also die Patienten alles selber machen sollen. Die sollen ja wieder aktiv werden. Also eigentlich würde man ja sagen, man ist jetzt hilfsbereite Pflegekraft und nimmt denen alles ab. Das ist aber in der Geriatrie falsch. Das liegt nicht daran, dass das böse Pflegekräfte sind, sondern dass die Menschen aktiviert werden müssen, möglichst alles selber zu machen, also sich selber zu waschen, möglichst selber den Transfer aus dem Bett an die Bettkante, von der Bettkante in den Stuhl selber durchzuführen. Und es gibt so ein Slangwort, also Pflege mit den Händen in der Hosentasche, also mehr beraten, zugucken, dass die Menschen es selber machen, was auch oftmals viel schwieriger und anstrengender ist, als wenn man es dem Patienten abnimmt. Und wie lange, also es ist ja dann auf diese Art und Weise auch etwas langfristiger, dass der Patient wieder sich selber helfen kann, als wenn man ihn einfach nur schnell wäscht, jetzt in unserem Beispiel. Wie lange ist der Patient insgesamt durchschnittlich bei Ihnen in der Geriatrie? Bei uns gibt es sozusagen drei Zeitfenster. Es gibt die eine Woche, es gibt zwei Wochen und drei Wochen, aber im Allgemeinen sind es die zwei Wochen. Also eine Woche ist nicht hinreichend und zwei Wochen ist eigentlich so der Satz. Und dann nach den zwei Wochen muss man sich halt überlegen, ob man möglicherweise auch noch eine weitere Versorgungsstufe, wie zum Beispiel die Geriatrische Tagesklinik anschließt, die wir auch anbieten bei uns, für einen Bruchteil der Patienten, die einfach dann schon auch in der Häuslichkeit schlafen, also nachts übernachten, aber quasi den ganzen Tag noch in der Klinik verbringen, am Wochenende zu Hause sind. Und dass man so etwas entsprechend dann die Versorgung so aufbaut, das immer mit dem Ziel zu vermeiden, dass man zwischendurch in eine Pflegeeinrichtung muss, das gelingt uns auch in 90 Prozent der Fällen. Also 90 Prozent können tatsächlich mit diesem Konzept der Frühmobilisation und dieser 14 Tage dann in die Häuslichkeit zurückkehren. Das ist eine gute Nachricht. Ja, und der andere Bruchteil teilt sich nochmal auf. Fünf Prozent davon gehen in eine sogenannte Kurzzeitpflege, wo also noch nicht so ganz entschieden ist, ob es nach Hause zurückgeht, beziehungsweise die können möglicherweise auch den gebrochenen Arm oder das gebrochene Bein nur teilbelasten. Nach sechs Wochen, so ist die Heilungsdauer für eine Fraktur, ist das aber dann durchgeknöchert wieder und dann können Sie danach von der Kurzzeitpflege wieder zurückkehren in die Häuslichkeit. Und die übrigen, wir sind jetzt bei 95 Prozent, 90 plus 5 und die übrigen 5 Prozent sind diejenigen, die das dann leider von der Kurzzeitpflege nicht mehr nach Hause zurück schaffen, die dann in ein betreutes Wohnen oder in eine Dauerpflegeeinrichtung gehen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!